Hallo liebe Zockerfreunde und willkommen zurück zu Monster Hunter World Iceborne. Wir versuchen uns weiter am Master Rank 5 optionalen Quests. Ich lege mich jetzt mal mit einem Theostra an, ich bin mir sicher. Der ist viel angenehmer als es der wilde Demonjo vorher war. So, ich nehme auch ein bisschen Kaltgetränke mit, das wird nicht schaden für seine Hitzeaura. Aber Spaß beiseite, also Theostra ist mehr normal vom Kampf, das heißt er hat wütende Phasen, er hat normale Phasen, das heißt ich kann natürlich ein bisschen mehr meine ganzen Kontrollfähigkeiten wie ihn vor die Wand schicken und besser anspringen und sowas ausnutzen. Natürlich ist er auch kein einfacher Gegner, aber er ist halt nicht durchgehend wütend, so wie halt der wilde Demonjo. Aber es war die Heimat der Ältesten, ne? Da sollte ich eventuell auch nochmal ein Heißgetränk mit dem Pei, eigentlich beides gleichzeitig Intus haben, Heiß- und Kaltgetränk. Oder schließen die Buffs sich gegenseitig aus. Das wäre jetzt nochmal irgendwie interessant zu wissen. Ich probiere es mal gerade. Heißgetränk. Buff. Ja, ja, geht beides gleichzeitig, sehr cool. Gut, Herr Theostra. Wo sind sie? Ach, man sieht ihn ja sogar schon auf der Karte. Können natürlich auch mal das hier machen. Und der Gaia-Lacker-Ritter ist auch da, sehr schön. Ja, dann komm mal mit, Gaia-Lacker-Ritter. So, da hockt das Kätzchen. Es hockt auch wirklich da wie eine Katze. Gut, mein Freund. Ich habe hier so Kristall-Explosions-Dinger. Wollen wir die mal probieren zu nutzen? Was ist hier los? Dafür müsstest du allerdings mal ein bisschen mehr hier hinten Richtung Wand und so kommen. Okay. Er lässt hier den Boden einstürzen. Machen die anderen Monster das auch? Natürlich lässt er es nicht zu. So, Roms. So, das hat doch schon ganz gut gesessen. Oh oh. Habe ich jetzt eigentlich erwartet, dass ich mitten in dieser Explosion da gerade reinspringe? Habe ich eigentlich schon irgendeinen Mantel an? Nö. Ach klar, brüllt er mich da aus meiner Attacke raus. Alter Drecksack, du. Ach so. Das war gar nicht beabsichtig. Ich habe auch so den Sprung eingelegt. Und da ich ihn initial einmal angesprungen bin, hat das dann auch gereicht. Ja. So, kriegen wir es hin, ihm vom Himmel zu holen. Das wäre in der Tat sehr cool. Oh oh. Oh oh. Naja, immerhin ist er einfach runtergefallen. Und ich bin schon wieder am Kopf. Dann nutzen wir den auf jeden Fall erstmal. Und hier ist schon wieder der Boden weg. Oh, schade. So, jetzt wäre doch mal irgendwie Zeit für eine Heilung. Aber das Problem ist, ich bin hier ziemlich eingeengt. So. Gut. Dann sind wir ja wieder einigermaßen safe. Und können die mal weiter draufhauen auf den Dicken. Und da er immer noch gelb ist. Wo ist denn das Moos? Hier. Und er mir, oh. Er mir auch schön hier in die Enge hinterher gekommen ist. Ach komm ey. Ja, ich weiß. Du hast dich nochmal entzündet. So, kriegen wir es jetzt hin? Ja, ne? Sieht doch ganz gut aus. Bums. Jetzt mal würde ich mal den Schwanz nehmen. Wenn er hier so irgendwie zugreifbar ist. Aber er ist scheiße. Er ist ziemlich scheiße im Boden drin. Deswegen werde ich mal jetzt nach rechts weggehen. Oh nein. Okay, ich brenne. Ich muss hier weg. Gerne auch ein bisschen schneller. Oh, Gott sei Dank war ich da nicht noch drin. Wow. So, jetzt ist er wütend. Man merkt es. Direkt. Genau an solchen kleinen, netten Aktionen merkt man es. Und ich brenne auch gefühlt ständig. Ich brenne schon wieder, weil ich mich auch mitten da reingestellt habe. Keine Chance mehr, da wegzukommen. Okay. Keine Chance mehr, da wegzukommen. Oh, ja, da sollte man auch schnell weg, wenn er das macht. Das macht nämlich ordentlich Wumms. Ja klar, die Hintertatze, die erwischt mich natürlich. Weg hier. Oh, was ist denn da so hart? Aber meine Waffe ist auch nicht mehr die schärfeste. Äh, die schärfste. So, er ist gelb und will hoffentlich weg. Nö, er ist nur gelb. So richtig weg will er gar nicht. Haben wir hier nochmal das Moos? Nein, es ist noch nicht wieder da. Boah, ich glaube, hier steht ansonsten auch nicht viel rum, oder? Diese Dinger hier sind auch nichts. Und dann erledigen wir immerhin mal das. Und er hat sich auch verpieselt, oder was? Nö. Ja, da geht's. Mmmmm. Mmm. Mmm. So, ich glaube, er hat keinen Bock mehr, wenn man noch einmal am Schwanz erwischt. So, ich glaube, jetzt ist wieder Moos da. Dann nehmen wir das auf jeden Fall nochmal mit. Wer weiß, wann sich hier die nächste Gelegenheit für irgendwelche Schleuder-Ammo ergibt. So, schön mal 150 Luftschaden in die Fresse und das hat ihn auch dazu gebracht, sich hier mal einmal abzulegen. Warum nicht? Jo, das war doch jetzt mal hier wieder für den ersten Wurf ganz okay gewesen. Okay, wenn er sich gerade da oben rum treibt, hätte das auch irgendwie mal passen können, finde ich. So, aber die Position, wo er jetzt ist, gefällt mir eigentlich ganz gut. Ja, aber gut. Er nutzt das natürlich irgendwie auch. Oh nein, ich hätte ihn noch einmal weiterdrehen müssen. Jetzt habe ich ihn geschickt an der Wand vorbei rauschen lassen. Äh, was kommt da gerade an? Ein wilder Dimonjo oder was? Ja, es macht so den Eindruck. Boah, das ist eine unangenehme Kombi. Ich meine gut, wenn die sich erstmal gegenseitig bekämpfen, ist das natürlich prinzipiell okay für mich. Aber wenn ich da mitten reingerate, wird das nicht witzig werden. Ach Leute, lasst mich doch in Ruhe. Kämpft doch lieber mal euch, bekämpft euch doch lieber mal untereinander. Wo ist denn der Teos 3 jetzt? Ach, hinter mir. Oh, ich bin gestunnt. Tut das, Node. Ist auch so geil, wie oft die Heilung vom Carlo mittlerweile einfach mal verpufft, weil er irgendwelchen Schaden abbekommt. Oh, oh. Naja gut, wenn hier gerade keiner was gegen unternimmt. Leute, ernsthaft? Ich stand doch so gut. Wo bin ich? Na gut, jetzt ist irgendwie scheiße. Oh, oh. Oh. Hm. Ja, keine Ahnung, was mache ich mit diesem Kampf? Ohne Witz, jetzt sind die beiden da. Und lassen mich voneinander ab. Sollte ich das tun? Oh Leute, echt. Ich wollte gerade sagen, es ist ein Schwanz ab, aber es sah glaube ich nur so aus, irgendwie ganz kurz. Eigentlich will ich gar nichts von dir, Demon Joe. Du könntest... Oh, oh. Jetzt bin ich alleine mit ihm. Und das Ding ist, ich komme alleine von ihm nicht weg. Oh Gott, hier ist ja gar nichts. Weil er ist natürlich wütend und wütende Monster lassen nicht von einem ab. Also denn, ich schaffe es mich so davon zu schleichen. Wo ist er denn? Ja, ich würde mich eventuell hierhin begeben. Wenn ich hier mal außerhalb des Kampfes komme. Um dann wieder zum Teostra aufzuschließen. Aber dafür müsste er tatsächlich jetzt mal die Spur endgültig verlieren. Kann er mich noch erschnüffeln? Ey, ernsthaft? So, tschüss. Du bist blind? Ich hoffe ja, blind kommt er mir nicht hinterher, oder? War es für ein Hickhack schon wieder echt. Oh ne, ich bin doch im Kampf, deswegen geht das nicht. So. Ja, cool. Aber wenn er sich hier rumtreibt... Kriege ich ihn vielleicht hier runter? Das wäre cool. Ich glaube, ich habe ihn. Wobei, ich selber war irgendwie auch drunter, oder? Ich bräuchte mal neue Munition. Er ist gelb. Aber der Monjo ist auch schon wieder auf dem Weg. Ey, ich kriege es kotzen. Boah, ey, Leute. Warum muss das sein? So, jetzt sucht der Monjo aber gerade das Weite. Na ja, ich probiere es mal. Aber ich glaube nicht, dass das vom... Na doch, es hat sogar zum Erfolg geführt. Nicht schlecht. Damit habe ich nicht gerechnet, dass er so weit läuft. So, der zweite Teil, was ihm gebrochen ist. Ich glaube, ja, die Flügel sieht man ja relativ eindeutig. Die hat es vorhin erwischt. Oh, oh. Ja. Es war irgendwie zu erwarten, dass ich da mittendrin stehe. Ach, komm, lass mich. Ich kriege mich nicht geheilt. Ich habe jetzt schon den zweiten Heiltank abgebrochen. Einmal durch ihn, einmal durch mich selbst. Oh, hier ist auch noch was. Hier explodiert ihr gleich alles. Puh. Okay. Okay. Komm, ey, lass mich hier weg. Ja gut. Wow. So, ich meine, hat das getroffen. Das war es dann wert. Aber ich möchte nicht nochmal in so eine Explosion zusätzlich hier rein. Ach, komm schon. Hör auf, mich immer anzuzünden. Das sind eigentlich schon wieder meine letzten Tränke hier. Oh, jo, das sind meine letzten Tränke. Ah, Gott. Dann gehen wir mal da hin. Und füllen mal Vorräte nach. Da kommt auch schon wieder der Monjo an. Oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann. Mein Ressourcenverbrauch ist auf jeden Fall ganz schön in die Höhe geschnellt seit Master Rank 5. Ich bin froh, wenn ich das wieder, wenn ich in den Leitland angekommen bin und ein bisschen online zocken kann. Ich glaube, da ist der Ressourcenverbrauch auch nicht mehr ganz so hoch. So, einmal anspringen. Hier ist generell eine schöne Kante im Raum. Vielleicht komme ich ja auch nochmal drauf. Ach, ich bin schon direkt drauf. Dann würde ich sagen, konzentriere ich mich mit meinen Angriffen gleich mal auf jeden Fall auf den Kopf. Und wir kriegen mal einen Heap. Sehr schön. So, er hat was Rotes verloren. Das ist doch schon mal positiv. Oh, Gott. Gleich wird es hier mächtig explodieren. Und ich bin irgendwie davon gekommen. Er ist gelb. Das wundert mich eigentlich gerade nach dieser riesigen Attacke da. Dass er immer noch gelb ist. Dass das eine Attacke aus seinem gelben Repertoire war. So. Wo ist er? Da. So, jetzt ist er wieder wütend. Soll er auch? Oh nein. Das Ding ist, dadurch, dass ich gerade wahrscheinlich meinen Lager, meinen Objektbeutel aufgefüllt habe, vermute ich mal, habe ich keine Heiß- und Kaltgetränke mehr dabei. Das ist in der Tat ein bisschen ungünstig, weil er ja die ganze Zeit von seiner Feuer-Aura da umgeben ist. Ja, man sieht das, sobald ich in seiner Nähe bin, bin ich angezündet und kriege auch Feuerschaden. Das ist mit Sicherheit ein Teil seiner, seinem wütenden Zustand geschuldet auch, aber mit Sicherheit auch generell, dass ich mir kein Kaltgetränk mehr als Buff einziehen kann. Kannst du mich in Ruhe lassen? Nein, 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 nein. Da bin ich noch gar nicht draufgegangen, das stimme ich allerdings schon wieder eher positiv. So, und du kannst mich auch noch heilen, danke. Oh, Leute, ey. Aber der Theostra liegt auf dem Boden. Aber ich bin auch gleich sowas von tot. Ja, Theostra, ich weiß, mit dem Wilden der Monjo ist nicht zu spaßen. Die Erfahrung habe ich auch schon gemacht. So, und er humpelt weg, das ist gut. Aber ich werde den Theostra nicht, äh, den Wilden der Monjo hier nicht richtig loswerden. Das ist wieder das Problem. Obwohl, wenn ich hier oben rumgehe und links und durch den Tunnel krieche, da dürfte er eigentlich nicht hinterherkommen. Sieht so aus, als würde ich mich dann auch dem Theostra wieder annähern. So. Auch das hier ist ein bisschen doof ohne, naja, er kommt natürlich trotzdem hier runter ohne Kaltgetränke. Ist das hier alles sehr, sehr doof. Ach ja, das ist dieses Extra-Gebiet, ne? Was, glaube ich, erst aufgeht, wenn ein Monster hier wirklich schlafen will. Oder wirklich rein will. Vorher ist das, glaube ich, geschlossen, oder? Und der Wilde der Monjo kommt hier nicht ernsthaft mit, oder? Ah, ich glaube, er bleibt draußen. Sehr gut. Jo, und ihn kann man nicht fangen. Drachen älteste da und so. Na gut, der Schlag hat es jetzt gar nicht mal so gebracht. Okay. 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 Ich sehe nix. Aber ich glaube, das macht auch gerade nix. Na, schade. Oh, warum hat er nur noch so wenig Leben? Muss das so? Puh. Ja, falscher Mantel erwischt. So. Wo ist er? Oh, ey. Ich stehe hier echt nicht gut. Jetzt könnte ich sogar noch mal sterben. Allein schon, weil ich gleich verbrenne. Und er hat mir natürlich meine Heilung abgebrochen. So. Na klar, erwischt es mich noch. Ich lag sowas von draußen. Ohne Witz. Und jetzt. Ja. Wenn man an so einer Stelle einmal gestunnt ist und nicht mehr wegkommt, dann ist das halt so. So, ich würde gerne nochmal ein... Beziehungsweise eigentlich können wir es direkt so machen. Nochmal ein Heiß- und ein Kaltgetränk mitnehmen. Das könnte auch ein bisschen angenehmer für mich werden. Warum eigentlich... Bin ich eigentlich doof? Warum eigentlich heiß und kalt? Eigentlich brauche ich nur kalt. Ist doch alles heiß hier. Das Monster. Die Umgebung. Eigentlich brauche ich nur kaltgetränk. Oder? Warum denke ich hier die ganze Zeit, ich brauche auch ein Heißgetränk? Das ist doch gar nichts Kaltes. Und er schläft schon wieder. Oh, jetzt lässt er aber gerade hier echt den Wilden raushängen, wa? Oh, ey. Komm, tut das Not. Kann ich mal hier weg? Weißt du, Terrostra alleine reicht noch nicht. Die Umgebung, die muss auch noch gegen mich kämpfen. So, jetzt ist er rot. Und ich werde hier wieder von der Lava durch die Gegend geschmissen. Sind das herrliche Kämpfe hier im Master Rank 5. Eine wahre Freude. Immerhin das. Komm, ernsthaft. Ich fliege gerade darüber her und dann erwischt es mich, das Feuer von unten. Warum probiere ich es? Warum probiere ich es? Carlo ist natürlich wieder mal Schaden genommen, bevor er mich heilen konnte. Huch, wo bin ich denn hier? Oh, wenigstens haut es ihn hin. Dann bleiben wir doch direkt hier am Schwanz. Oh nein, und ich treffe den Schwanz nicht. So, ich müsste mich dringendst mal heilen. Lass mich doch echt einfach mal in Ruhe. Warum? Das ist so geil, wenn sie einem mit solchen Moves im Prinzip noch Schaden ersparen. Ich hätte mitten... Ey, dieses Gelände hier. Was stimmt denn mit diesem Spiel nicht? Ohne Witz. Ohne Witz. Meine Fresse. Sind das Kämpfe, ey? Gut, gibt es hier irgendwas einzusammeln? Ja, so ein paar Sachen stehen hier, glaube ich, rum. Hm, aber... Hm. Das hier gibt nur Punkte, oder? War jetzt vielleicht nicht die beste Idee. Weiß auch nicht. Ach nee, da hinten stehen sogar tatsächlich noch ein paar Sachen zum Abbauen. Das wäre tatsächlich die bessere Wahl gewesen, als hier die Punkte mitzunehmen. Aber ich denke, für die Sachen da hinten reicht es jetzt nicht mehr. Naja, ein bisschen zumindest. Na gut, nochmal ein paar Sachen bekommen. Puh, ey, dieses Spiel macht mich doch langsam fertig. Also gerade Richtung Ende geht es doch immer in Schwierigkeitsgrade, die dann ein bisschen unangenehm sind. Und zwar durchgehend. Im normalen Spiel war es ja nur zwischendurch immer mal ein Monster. Aber hier gerade zum Schluss ist alles relativ anstrengend, muss ich sagen. Wir werden jetzt nicht aufhören. Ach so, ähm, ist schon wieder soweit, ne? Wo immer er auch hingeht. Ähm, ja. Zeit ist um. Äh, das andere Monster oder die anderen Quests, die noch offen sind, machen wir dann beim nächsten Mal. Ich sag erstmal vielen Dank fürs Zuschauen und bis dennne. Ich douche uns nicht. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.